Liebe zukünftige Kolleginnen und Kollegen, wir freuen uns auf Sie in Zürich, denn es bietet die Möglichkeit, dass wir alle gemeinsam lernen und unser Wissen weiterbringen. Ich werde von Ihnen lernen, Sie werden von mir lernen und damit können wir etwas Neues schaffen, was Sie dann hoffentlich parat macht für Ihren weiteren beruflichen Weg. Ich kann Ihnen versprechen, dass wir hier in der Klinik Hirschlanden mit all unseren Kolleginnen sehr engagieren werden, dass Sie gut vorbereitet ins Berufsleben starten. Wir freuen uns auf Sie in Zürich.